www.wisky.de Treffpunkt Feiner Geiste Herzlich Willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geiste. Heute habe ich wieder einen Whisky aus der Whisky-Brennerei, die den meisten Malt-Whisky auf der Welt verkauft. Ja, glänfellig, weltberühmt und deutlich unterbewertet, weil ich immer so, die stellen so viel her, alles aus einem Topf, bla, schmeckt nicht. So kann ich aber sagen, nein, so wie man die Niederungen des Single Malt-Whiskys bei Glänfellig, der zig Millionen Seller, zwölf Jahre alt, hinter sich lässt, eröffnet sich eine Palette an wundervollen, reichen Single Malt-Whiskys, die seinesgleichen sucht. Und das Schöne bei Glänfellig ist, das ist ein privat geführtes Unternehmen, auch wenn es mittlerweile Konzerngröße mit einem Umsatz von über einer Milliarde britischen Pfund erreicht hat, ist es privat geführt in Familienhand und hat ja einen viel längeren Horizont. Und damit bekommt man bei Glänfellig immer noch 30-jährige, 40-jährige Whiskys. Mittlerweile, ja, jenseits von gut und böse in den Preisen, aber es gibt sie noch. Und erst in den letzten zehn Jahren, wo praktisch die Absatzzahlen dermaßen explodiert sind, dass man diese Menge an Whiskys nicht vorreifen konnte, da sprangen dann auch die Zahlen vom 30-jährigen Glänfellig massiv in die Höhe. Der lag früher bei 150 Euro oder so, so ein 30-jähriger, heute liegen sie bei 400. So, aber man hat welche? Und das unterscheidet die Whisky-Brennereien, die privat geführt sind, von denen, die konzerngeführt sind, die an der Börse eine Rendite jedes Quartal bringen müssen. So, das macht also hier das Besondere aus. Und jetzt ist Glänfellig gerade dabei und breitet seine Palette an Whiskys. Früher gab es ein 12, 15, 18, 21 Caribbean und 30 Jahre und Punkt, das war's. Das breitet man mittlerweile mit Sonderabfüllungen aus, dass es also hier deutlich mehr Varianz gibt. Es ist ein 14-jähriger, wie heißt das Ding, Cooper's Select, ein Master-Dingsbombs, Master-Distiller in verschiedenen Batches. Und, 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 kommt da mehr und mehr dazu. Und jetzt ist man hingegangen und hat auch neben dem 18-Jährigen, dem regulären 18-Jährigen, einen Small-Batch Reserve, 18 Jahre, auch 40 Volumenprozente, rausgebracht. Und der ist in einer besonderen Art und Weise gereift, beziehungsweise abgefüllt worden. Es gibt da den 15-jährigen Solera Reserve. Der hat ein Abfüllungs-, na, früher hieß der Solera, heute heißt er irgendwie anders, wird aber noch nach dem Solera-Verfahren abgefüllt. Das heißt, dort werden die Fässer alle in ein großes Mischgefäß gefüllt. Die Fässer, die abgefüllt werden sollen, die 15 Jahre alt sind. Man lässt dieses Mischgefäß Wochen, Monate miteinander vermischen und füllt daraus die Hälfte ab. Dann füllt man oben wieder Fässer zu, lässt das Ding wieder Monate stehen, bis sich das wieder harmonisiert hat und füllt das wieder ab, sodass sich über diesen Abfüllungsprozess harmonische Geschmäcker, gleichbleibende Geschmäcker erzielen lassen. Der normale 18-Jährige wird so nicht abgefüllt, sondern da nimmt man normale Ex-Bourbon- und Ex-Oleroso-Fässer und füllt die als 18-Jährigen ab. Wie groß diese Batches sind, weiß ich nicht. Jedenfalls hier nimmt man nun 18-Jährige Ex-Oleroso-Sherry-Fässer und Ex-Bourbon-Fässer, und zwar so rund 150 Fässer in einem Batch. Ja, Small Batch ist das jetzt noch nicht, sondern es sind 150 Fässer, was für mich schon ein ordentliches Batch wäre. Aber jetzt werden diese Fässer verrochen, verkostet und in kleineren Einheiten werden die Fässer nun vermehlt. Und das Vermählen führt nun zu einem Ausgleich der Aromen, aber auch zu einer höheren Komplexität. Und diese Vermählungsperiode macht man auch bei guten Blends. Die schlechten, da füllt man einfach rein und ab, in die Flasche und weg. Und bei den guten Blends lässt man die also nochmal ein gutes Stück stehen. Und Glen Fiddich hat ja über die Grands Finest, so glaube ich heißen die Blends, eine sehr hohe Blenderfahrung. Und so lassen die also hier diese Marian Period, diese Verheiratungsperiode zwischen den wenigen Fässern in diesen kleinen Batches drei Monate lang dauern, wo es also in hölzernen Mischgefäßen, in so einen Vats, dann zu dieser Verheiratung der Whiskys kommt. Und diese Vats werden dann einzeln abgefüllt. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier oben auf der Schachtel steht. Die Schachtel, nicht die runde Tube, die wir kennen. Oder ist die momentan dreieckig? Ja, das wechselt, je nachdem, was die Marketer sagen. Das ist jetzt also hier eine mit rechteckigen Rundriss mit abgerundeten Kanten. Small Batch Reserved, sorgfältig für 18 Jahre in den feinsten Olorose, Sherry und Bourbon fast gereift, die bei unseren eigenen Coopers hergestellt wurden. Ja, ne? Also sie werden aufbereitet, weil sie werden ja hergestellt eigentlich in den USA und in Spanien. Und dann geht es also in die Small Batches für die weitere drei, für eine besondere tiefe Reichheit und komplexen Geschmack. Da steht das dann nochmal drauf. In Large Wooden Tons, ja, das sind die Vats. So, wir können also hier dran nun sagen, die Auflage ist aus diesen 150 Fässern zu bestimmen. Wobei wir nicht wissen, wie viele davon Sherry-Fässer und wie viele Bourbon-Fässer waren. Keine Ahnung. Aber, sagt, das ist begrenzt. Wenn Sie also einen Namen haben wollen, greifen Sie bald zu. Das ist das Batch. 32,99. 82,99. Entschuldigung, ist Sauklaue. Da steht dann nochmal dasselbe drauf. Ah, gebackene Äpfel, Eiche und Zimtgewürz. Hoho, das klingt doch toll. Wobei sich diese kleinen Batches, wenn sie so klein sind, wie sie hier den Anschein sich ergeben, alle leicht unterschiedlich schminken. Ah, ein Brüsselkorken, also keine Sorge vor schlechtem Korken. Der ist dicht. Die Flasche ist im Vergleich zur Standard Glenfiddich-Flasche nicht grün, sondern farblos. Das ist es schon auch bei dem 18-Jährigen schon ein ganzes Weilchen, um die Farbe des Whiskys besser zur Geltung zu bringen. Aber ist wohl gefärbt. Wobei ich nicht annehme, dass da wirklich viel gefärbt wird, weil 18 Jahre sind schon ziemlich lang. Wenn ein paar Scherri-Fässer drin sind, wird es relativ schnell dunkel. Also da habe ich jetzt nicht die Bedenken, dass man da richtig viel nachfärbt. Und die Flasche ist etwas gedrungener, etwas niedriger und damit kommt diese dreieckige Grundform, die man hier sehen kann, besonders gut zur Geltung. Also für mich außergewöhnlich schöne Flasche, gefällt mir gut. Dazu die warme, braune Farbe des Etiketts lässt auf alte Eichenfässer, der ist auch ganz dunkelbraun, da wo es nicht weiß lackiert ist. Also das harmoniert hier farblich mit meinem Platz ganz besonders. Gefällt mir gut. Deutliche Fruchtnote im Vordergrund. Das ist der Apfel. Aber schon ein bisschen älter und das ist dann dieser Bratapfel, dieser gebackene Apfel. Und der Zimt, den kriege ich mit. Also das ist, das umschmeichelt meine Nase. Sehr schön. Von der Eiche noch nicht viel zu haben. Sherry-Ansätze, dunkle Früchte. Die 40 Volumenprozente halten also die Alkoholnote ganz, ganz weit zurück. Voll. Eiche im Abgang. Ja, 18 Jahre lässt sich jetzt nicht mehr verbergen. Geht bis zum Prickeln auf die Zungenspitze vor. 40 Volumenprozente, ein bisschen knapp, etwas mehr. Hätte auch getaugt. Eiche breitet sich weiter aus. Die Fruchtigkeit nimmt weiter ab. Keinerlei Brennen. Ja, der Alkoholgehalt ist niedrig und lässt also die aromatischen Bestandteile deutlich besser zur Geltung kommen. Und Abgang mittellang, ja, bislang ist immer noch was da. Und ist also gefährlichste Fick. Also unheimlich. Weil er so mild und weich ausfällt. Und trotzdem im Aroma so kräftig und voll ist. Jo, wundervoll. Im zweiten Geschmack noch voller am Gaumen. Ja, jetzt kommen die Aromen noch stärker durch. Sammeln sich langsam an. Wahrscheinlich nach dem dritten, vierten Mal. So viel soll man ja nicht. Würde sich das noch deutlicher am Gaumen darstellen. Ja, Vergleich zum normalen 18-Jährigen. Mehr. Deutlich mehr. Stärker. Voller. Kräftiger. Aber auch leider ein Stück weit teurer. Aber nicht so teuer, wie man jetzt auf den ersten Blick erwarten würde. Nun gut, der 18-Jährige selber hat durch diese extrem hohe Nachfrage auch aus Asien den Preis mächtig zugelegt. Der hat also sich von unter 40 auf über 50 erhöht. Und der liegt jetzt nochmal einen oben drauf. Der liegt also schon, ich glaube, über 60. Also da hat sich eine Menge am Preis getan. Aber die Fässer sind auch hervorragend ausgesucht. Und aus meiner Sicht in der heutigen Zeit ist es einen Preis wert. Limitierte Abfüllung, 150 Fässer. So ganz schnell ranhalten müssen Sie sich nicht. Allerdings wahrscheinlich globale Auflage. Also wie weiter in 2015 kommt, kann ich Ihnen leider nicht sagen. So, das war's. Greifen Sie zu, wenn Ihnen das Herz nach glän für dich steht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.